Perfekt, ok, 3, 2, 1, Froschiges Hallo draußen, Willkommen zu einer Folge Skype-VP mit BlackRay. Hi. Gut, wenn er zu leise ist, sorry. Grüße an euch alle, die hier sind. Ja, ich will was sagen. Max hat Quark gegen Durchfall. Und der BlackRay, der hat auch Quark gegen Durchfall. Ich habe selber keinen Fall, lol. Hi, Phil. Slash GIF BlackRay. Mir slash GIF Luke. Oh, Error. Error, lol. Ja, gut, Leute. Auf jeden Fall noch mal ein Video. Dankeschön an die 3K, ne? Ihr könnt auch an der Verlosung teilnehmen. Auf Raid könnt ihr auch noch dreimal VIP gewinnen. Einfach bei der Verlosung euren Ingenamen in die Kommentare schreiben. Euren Server, wo ihr gewinnen möchtet. Video-liken und Abonnent sein. Ja, die wollen eh alle auf Raid geben, oder? Auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wieso alle jetzt auf mich gehen. YouTuber-Bonus. Ah, das schau, jetzt geht er auch noch auf mich, der Typ. Und dann wollen die alle im Video sein. Ja. Und ich wurde gerade gekillt, weil ich mein Tech-Tech-Pack geendet hab. Gigi da draußen. Richtig, Max bist du. Ja übrigens, ähm, das Video ist v-produziert. Sprich, es kommt am Sonntag. Weil ich bin nicht zu Hause. Props, ne? Geil, oder? Ja, heute ist Samstag, oder? Ja, aber ich bin trotzdem später weg. Und du gehst noch nach Köln, oder? Ja, Leute, ich bin mal im Dad. Lelelele. Okay. Ja, Devil-Team, okay, chillig, aber... Randys greift mich immer an. Und ich werde Tour-Wand und 3-Wand. Einer fragt, warum gehen alle auf Luke? Das ist Low. Ja, da hat er recht. Luke stinkt, ja, Bulli. Das stimmt leider nicht. Oh, war das knapp, Alter. Huh! Ja, ich rieche nach quarkigem Durchfall, ne? Aber Marc, Luke, dein Invis-Klein ist richtig geil, Alter. Ich bin fast gegen Kampferwitz, macht voll Spaß. Boah, das ist aber lecker auch wieder dezent. 88 User! Ups, hab ich nicht gesagt. 88? Jetzt sind es auch 87. Lelelelele. Wir sind 88 auf dem Traum. Die wollen alle in der Aufnahme sein, die Luke macht, wenn er überhaupt eine macht. Ja, ich mache eine größere, fixe in die Mitte, auch wenn ich deinen Namen nicht mag. Weil heißt du gleich Mitte, kassierst du gleich Dritte. Oh, der schwitzt immer nicht rein, aber er leckt rum. Lol. Lol. What the fuck? Irgendwie ist der Helm dauernd. So, ja, jetzt wird er 2-1. Oh. Ja, ich zitiere nochmal. Eigentlich haben wir vor zwei oder drei Tagen schon mal aufgenommen, aber ich habe ohne Ton aufgenommen. Also, ich teile mich nicht aus, Black Grey. Ich teile mich nicht aus und ich werde euch jetzt nicht moven. Dementsprechend Pech, ne? Ähm, einfach mal Nico da so anschreiben oder Support gehen. Okay. Ich glaube, wir können jetzt die ficken. Ähm, Black Grey. Ah, ne, äh, doch, es soll nicht auskampfen. Was ist los? Black oder Schicht? RHD. Junge. Was bist du für ein Huchensohn, man? Ganz ehrlich. Junge, was soll das? War am Schreiben. Ja, auf jeden Fall, ähm, holen wir jetzt eben nochmal einen neuen Stuff. Auf jeden Fall, ähm, ja, sehen wir jetzt einfach nach dem Cut wieder. Bis gleich. Okay, da sind wir nach dem Cut wieder in der Arena. Ähm, auf jeden Fall ist Black Grey grad schon wieder ausgetimt. Props an dich, Black Grey. Und, ähm, ja. Luke, ist das schlimm, wenn der Server abscheißt vielleicht? Ja, my combo is real. Ähm, ich weiß nicht, was du für ein Internetrambo bist. Auf jeden Fall will der entbannt werden. Du kannst den Anband kaufen, ganz einfach. Ähm, ich sehe es nicht ein, Leute zu entbannen, die gezielte Werbung für Sky-Match machen. Ähm, dementsprechend bist du es selber schuld. Und du brauchst nicht rumzuheulen, ähm, dass du gewarnt bist und mir noch zu drohen. Also sowas ist einfach richtig lächerlich. Was bist du für ein kleiner Internetrambo, wirklich. Und er meint auch noch, ja, das ist sowas eh scheiße geworden, deswegen hab ich Werbung gemacht. Die saß jetzt nur am laggen. Hab ich gesagt, ja, dann, äh, Dings. Wir können ja keinen besseren Server kaufen, wenn wir, äh, nicht genug Spenden reinbekommen, ne. Aber das schenkt er halt auch nicht. Prompts an die kleine Internetrambo, ganz ehrlich. Und der Server lag wieder geil. Weil, ja, ähm, ich weiß auf jeden Fall nicht, was du für ein Kind bist, ganz ehrlich. Äh, Leuten zu drohen mit dem Minecraft-Server, das ist schon ziemlich, ziemlich lächerlich. Da merkt man, was du für wieder, für Kompetenz besitzt und was für ein IQ du hast. Oh, Mann. Und guck mal, jetzt schreibt er noch Endercrafter, kurz TS-Bit. Und er schreibt da vorhin noch, der ist AFK. Props an dich und ich werd schon wieder von zwei Leuten verfolgt. Drei, ach, du Kacke, Junge. Raid, ja, Raid, 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 Raid. Und Black-Ray-HD, ich teile mich aus. Two, three, one, warte. Bad. Bad. Oh, Mann, Alter. Das ist so lächerlich. Ich weiß, ich tue uns, two, one, manchmal selber. Ah, Done, nice, hi. Aber trotzdem, three, one, ist das lächerlichste der Welt. Luke, brauchst du Hilfe? Maybe. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich hoffe, wir können ihm vielleicht noch einen töten. Einfach mich abcleanen, toll. Na, jetzt haben wir den down. Sorry, auf jeden Fall an dich. Ähm, und, ähm, Ender-Craftler, du Hauen-Sohn. Äh, Alter, Luke, umge. Sorry, Kiliman, aber du hast mich auch angegriffen. Gestern im Stream, meine ich. Und heute auf jeden Fall auch. Ähm, und dann. Ja, ja. Oh, Mann. Hardware weiße Wolle, alles klar, Bilder. Ja, dann würde ich sagen, löse ich auf jeden Fall noch die Verlosung auf. Ähm, es gab ja, ich mein, 3,4,3 Gewinn. Mit Stärke und Speed. Ops und zwei Beacons. Ähm, ja. Ja, ich wünsche euch allen viel Glück, also wer es gewonnen hat, herzlichen Glückwunsch. Einfach bei mir melden. Wenn du dich nach ein paar Tagen nicht gemeldet hast, verschenke ich den Staff. Und dann hast du Pech gehabt. Ja. Auf jeden Fall, ähm, bin ich am Wochenende nicht da, bis Montag. Also ich komme Montag jetzt wieder. Sprich, wenn du bis Donnerstag nicht da bist. Ähm, dann verschenke ich den Staff. Gut, dann würde ich sagen, lasst ein Like, der uns nicht gefallen hat. Ja. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Der Sauberleck gerade erst, fuck. Props. Und alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.